Die Berge, die Flüsse, die Wälder oder Schluchten, die gehören schon immer den anderen. Die Berge, die arme Seele, die Wilde. Das Haus, das ist über 400 Jahre alt. Das sind Grabsteine und ich bin auch sicher, dass da auch eben sehr viel an Seele und Vergangenheit eingezogen ist. Es geistert und spukt überall. Gerade, dass er frei ist. Die Einstein, der damals schon gesagt hat, das Sichtbare ist nur ein Prozent der Wirklichkeit. Oder gesagt, 99 Prozent sind unsichtbar. Oder gesagt, 100 Prozent sind unsichtbar.